Hallo Leute, willkommen zu ARK. Ja, ich habe das vor ein paar Tagen schon mal ausprobiert. Da ist allerdings nichts wirklich bei rumgekommen. Und jetzt will ich es einfach noch mal probieren. Wir können ja am Anfang einfach mal unseren Typing ein bisschen gestalten. Dem nehmen wir mal ein bisschen die Muskelmasse, sonst braucht er zu viel Energie. Den machen wir einfach mal ganz normal. Das sieht hier ein bisschen aus wie Hulk. Ah, die Maussteuerung ist hier ein bisschen ARK, finde ich. ARK. Ein bisschen ARK. So. Die Hände sollten auch noch ein bisschen kleiner werden, sonst hat er ja so Riesenteile. So. Dann die Hüfte. Rumpfbreite. Rumpfhöhe. So. Was haben wir denn noch? Rumpftiefe. Die Pro ist ein bisschen kleiner. Da ist ein bisschen kürzer. Da ist Umfang. Können wir eigentlich lassen. Also hier gibt es ganz viele Einstellungen. Äh, Haare. Oh, mal. Schwarz. Augenfarbe. Blau. Gibt es das? Ah, hier. Achso, hier ist eine Voreinstellung. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, wieder gelöscht. Ja, ist ja auch egal. So, wie heiße ich denn? Natürlich. Marona. Hm, herunterladen, verhandeln, wiederherstellen. Neuen Überlebenden erstellen, würde ich mal sagen. So. Also, wir beginnen hier schon. Und wir kratzen uns erst mal. Gibt da so ein komisches Teil. Und irgendwie... Hier ist kalt. Es sollte sich schleunigst aufwärmen. Wir sind hier... Ach, hier ist lauter Eis. Ja, ich friere, aber ich weiß auch nicht mal, wo ich hier rauskomme. Alter, wir sind hier in der Scheißzeit wohl gespawnt. Kann ich hier schon... Und mit E komme ich ins Inventar. Herstellbares... Fackeln. Was brauche ich denn dafür? Ein Holz. Boah, der friert hier. Also, ich friere. Ist das ein Wolf? Das sind Wölfe. Warten die auf mich? Das war ein kurzes Vergnügen. Dann nochmal. Rauna. So. Wir starten mal im Süden. Weil vielleicht habe ich da ja Merkglück. Toll. Gleich mal von einem Wolf getötet worden. So geil. So, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich machen muss. Ich weiß, dass ich irgendwie... ...und mir ist immer noch kalt. Ähm... ...ich bin doch hier im Dschungel. Hallo? Hallo? Ich muss den Holz fahren. Ah, Baum gefällt. Ah, ne, mit R glaube ich. Warte. Was? Werkzeug? Äh... ...herstellbares. Kann ich noch gar nicht. Ich kann hier gar nichts machen. Da war aber irgendwas mit Werkzeug. Stand hier. Kann ich hier irgendwas aufsammeln? Drücke ich überhaupt die richtige Taste? Ah ja, hier. Da stand bitte. Benutze ein passendes Werkzeug. Ah, okay. Hier ist doch eigentlich ganz cool. Wir kloppen einfach mal in den Baumhänden. Da hinten steht ein Gehner. Na komm, geh weg. Das Spiel ist cool, da kann man sich zwischen ähm... Hier kann man eigentlich zwischen den Steinen sich ein gutes Lager machen. Glaube ich. Wir müssen jetzt irgendwo mal einen Feuerstein herkriegen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich den herkriegen soll. Und hier ist kalt, ich sollte mir einen wärmeren Ort aussuchen. Ich könnte mir auch einfach ein Feuer machen, wenn ich wüsste, wo ich den scheiß Feuerstein finde. Was ist das, eine Muschel? Hier gibt es ja gar nichts. So, wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwas hier skillen können. Nein. Wir haben Fasern, wir haben Stein. Ähm, Hersteller. Was? Ah, Doppelklick. Okay. Na, wo ist die jetzt? Ah. Wo sehe ich, wie viel ich davon habe? Hm. Machen wir hier ein Level ab auf Gesundheit. Was? Lagerfeuer. Ja, ja, Lagerfeuer ist gut. Axt. Alarm. So. Gut. Dann können wir hier mal die Spitzer genähen. Das ist ja nett. Hä? Und? Was mache ich denn hier? Ich will doch die Spitzer genähen. Muss ich die in die Hand nehmen? Benutze. 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 Okay. Ah! Ja, ich krieg Feuerstein. Das geht ja ab hier. Wie viel Feuerstein krieg ich da aus? Ah, jetzt. Jetzt ist er kaputt. Gut. Dann Inventar. Herstellbares Lagerfeuer. Wie krieg ich das jetzt? Ich will Lagerfeuer machen. Ah, nee, warte mal. Ah, beim Lagerfeuer fehlt was. Stein, Stroh, Holz. Ah, da fehlt Stroh. Okay. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Holz hacken. Das war ja, äh, ein kleines Bäumchen. Auch schon kaputt. Da ist irgendwie so ein Vieh. Das ist gut. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, ich werde mich hier erst mal zwischen den Felsen hinterlassen. Hallo? Geht ja alles ganz schön flott kaputt. Ah ne, ich habe immer die falsche Taste. So, herstellbares. Lagerfeuer geht noch nicht. Ich habe zu wenig Stein. Aber eine Axt. Okay. Wie war das jetzt? Benutzen? Benutze. Okay. Okay. Okay, okay. Metall. Ich will kein Metall, ich will Stein, Mann. Das ist schon wieder kaputt. Ich kriege leider Feuerstein. Ich will aber Normalstein. Oder ist so ein kleiner Drache. Ja, jetzt kriegen wir, glaube ich, genug Stein für einen für einen Lagerfeuer zusammen. Hoffe ich doch. Der Typik da. Der komische Saurier hat mich gerade schon ein bisschen angeguckt. Äh, wieso verdirbt das hier? Wie esse ich das? Wo sehe ich meine Nahrung? Ah, da. Okay. So, jetzt herstellbares. Reicht immer noch nicht. Ich brauche nur 16 Steine. Äh, noch 6 Steine. Ich liebe auch nur Feuerstein. Ich will normalen Stein. Ich drücke immer Tab. Ja, bei Minecraft war das ja immer, äh, Tab. Einen hab ich. Ja, toll. Drei. Ich soll mich beeilen. Ich glaube, es wird auch bald irgendwie Nacht oder so. Aber ich kriege irgendwie immer nur, immer nur Feuerstein. Habe ich jetzt genug? Ja. Ich kann ein Lagerfeuer herstellen. Jetzt habe ich wieder keinen Stein mehr. Was ist denn besser? Geeignet einen Nahkampf. Was ist das? Notiz, Notiz, Hose, Strohtür, Strohdach, Strohwand, Strohwand. Das ist vielleicht ganz gut. Weißt du das? Ah, den zeige ich aus Wärme und Lichtspender. Das habe ich ja schon erlernt. Ah, hier. Strohtür. Jetzt kann ich die Strohtür erlernen. Okay. Ähm. Ich sollte noch irgendwie was zu essen besorgen. Ich weiß jetzt nicht, was das Zeug da macht. Okay. Okay. E-Inventar öffnen. Kann ich das aber wieder ausbauen? Nee. Okay. Boah, ich muss hier erstmal komplett reinfinden. Ich glaube, wenn ich mit nochmal, ähm... Na, wie geht das? Oh, Gott. Ich glaube, ich werde gleich wieder sterben. Ich glaube, ich werde gleich wieder sterben. Wo habe ich mein Feuer hin gemacht? Kann nicht gesetzt werden, kein Einrastpunkt. Warum geht das nicht? Braucht ihr einen Baum? Aber ich dachte, ich kann mir jetzt hier einfach so eine Hütte hinstellen. Äh, weiter warte. Muss ich da jetzt erst noch einen Boden machen oder was? Ich brauche was zu essen. Kann ich das jetzt wieder aufheben? Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Äh. Äh. Äh, ich würde... Hä? Äh, Leute! Ich verstehe es nicht. What the fuck? Alter! Äh, warte. Äh. Der hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Äh, vor allem... Alle Gegenstände fallen lassen. Abbrechen. Wie kann ich denn... Wie werde ich denn das Ding wieder los? Also, ich merke schon. Bei mir fehlen so ganz einfache Dinge. Die ich überhaupt noch nicht drauf habe. Kein Einrastpunkt. Was heißt denn das? Leute, helft mir mal bitte. Also wenn ihr mir irgendwie helfen könnt, dann, äh, hier. Ah, jetzt ist es weg. Ich muss mal ein paar Bären sammeln. Und jetzt bin ich nämlich bald verhungert. Oh! 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 Nein! Was, du hast dich selbst getötet? Oh, meine Fresse. Leute, helft mir mal bitte. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe einfach mal drauf losge-ge-ge-ge-art. Keine Ahnung, was da los ist. Leute, wenn ihr irgendwelche guten Tipps für mich habt, dann schreibt mir die doch einfach in die Kommentare. Ich würde nämlich hier gerne ein bisschen weiter zocken. Es scheint interessant, aber wie ihr seht, ich bin ziemlich unbeholfen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Vielleicht habt ihr ja sogar irgendwie, ja, wenn ihr Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Ciao.